Wie lange ist die Frist? Wann beginnt sie, wann endet sie und kann die Frist eventuell verlängert werden? Werden wir gleich konkret mit folgendem Beispiel. K. beauftragt Kfz-Meister B. mit der Wartung seines Pkw. Die Arbeiten fanden am 4. Juli 2016 statt und wurden von K. sofort abgenommen. Wann verjähren mögliche Mängelansprüche aus dem Werkvertrag? Zunächst zur Dauer der Frist. Nach § 634a Abs. 1 Nr. 1 BGB beträgt die Verjährungsdauer 2 Jahre, da es sich hier um die Wartung einer Sache handelt, die kein Bauwerk ist. Wann beginnt die Frist? Nach § 634a Abs. 2 BGB beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Damit hängt der Fristbeginn von einem Ereignis ab, wie § 187 Abs. 1 BGB formuliert. Bei allen Ereignisfristen, die nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bemessen sind, beginnt die jeweilige Frist mit dem Anfang eines vollen Kalendertages um 0.00 Uhr. Sie begann hier also am 5. Juli 2016. In den Fällen des Abs. 1 bleibt der Kalendertag, in dem das maßgebliche Ereignis, hier die Abnahme durch K, fällt, für die Berechnung des Fristbeginns also außer Betracht. Wann endet nun die Frist? Hierzu ist auf § 188 Abs. 2 Halbsatz 1 BGB abzustellen, wonach bei Ereignisfristen, die nach Monaten oder längerem Zeitraum bestimmt sind, zur Berechnung des Fristendes nicht auf die Benennung des Wochentags, sondern auf das Datum abzustellen ist. Das ist hier der Ablauf des 4. Juli 2018 um 24 Uhr. Ein weiteres Beispiel soll Ihnen den Weg der Fristberechnung verdeutlichen. K erhält im gerade geschilderten Fall von der Kfz-Werkstatt B eine Rechnung für die Wartung seines PKWs. Dort heißt es, das Zahlungsziel beträgt vier Wochen. Wann muss K die Rechnung spätestens begleichen, wenn ihm die Rechnung am 11. Juli 2016 zugeht? Hier haben wir es mit einer rechtsgeschäftig gesetzten Frist zu tun. Auf solche Fristen werden im Zweifel wiederum die gesetzlichen Regeln angewandt. Der Zugang der Rechnung, vergleiche § 130 Abs. 1 BGB, stellt wieder ein Ereignis im Sinne von § 187 Abs. 1 BGB dar. Bei der Ereignisfrist wird zur Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchem das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. Erst mit dem nächsten Tag, also dem 12. Juli 2016 um 0 Uhr, beginnt die Frist. Das kennen wir jetzt schon. Aber wann endet hier die von B gesetzte Frist? Jetzt endet die Frist am 8. August 2016 um 24 Uhr, § 188 Abs. 2 Halbsatz 1 BGB. Wir merken uns, vier Wochen ist etwas anderes als ein Monat. Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Das Praktikum der Jurastudentin J soll vier Wochen dauern. Es beginnt am 01.08.2019. Wann endet es? Anders als in den vorherigen Beispielen liegt kein Ereignis, sondern eine Terminfrist vor. Denn der Beginn des Praktikums der J ist vertraglich fixiert. Fristbeginn ist da der 01. August 2019 um 0 Uhr, § 187 Abs. 2 Satz 1 BGB. Die Frist endet nach vier Wochen, also am 28. August 2019 um 24 Uhr, vergleiche § 188 Abs. 2 Halbsatz 2 BGB. Was ändert sich, würde das Praktikum an einem Feiertag enden. Dann ist wegen der Feiertagsruhe, § 193 BGB heranzuziehen, wonach die Frist erst am darauf folgenden Werktag endet. Sie sehen also, man muss zwischen Ereignis- und Terminsfristen unterscheiden. Bei letzteren wird an den Beginn eines Tages angeknüpft. Abschließend klären wir noch die Frage, ob die K., die am 01. März 2000 um 16 Uhr geboren wurde, am 01. März 2018 um 13 Uhr schon voll geschäftsfähig war, als sie sich ein teures Smartphone kaufte. Die Volljährigkeit tritt nach § 2 BGB mit Vollendung des 18. Lebensjahres ein. Für den Fristbeginn ist hier auf § 187 Abs. 2 Satz 2 BGB abzustellen. Danach wird der Tag der Geburt voll mitgezählt. Für die K. beginnt die Frist also am 01. März 2000 um 0 Uhr. Sie endet nach § 188 Abs. 2 Satz 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages des letzten Monats, welcher dem Tag vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht. Dem Anfangstag der Frist durch seine Zahl entspricht der 1. März 2018. Die Frist endet also mit Ablauf des vorherigen Tages des 28. Februar 2018. Daher war die K. seit dem 1. März 2018 0 Uhr unbeschränkt geschäftsfähig. Schließlich noch ein Hinweis. Personen, die am 29. Februar geboren sind, werden in einem Nicht-Schaltjahr so behandelt, als wären sie am 28. Februar zur Welt gekommen, vergleiche § 188 Abs. 3 BGB. Die Vorschriften für die Fristbestimmung sind auch wichtig für die Berechnung von Verzugszinsen. Zum Verzug verweise ich auf meinen Film aus der Reihe zum Schuldrecht AT. Zwar stellt die Verzugsdauer keine Frist dar, weil ihr Zeitraum weder bestimmt noch im Voraus bestimmbar ist, gleichwohl wird § 187 Abs. 1 BGB analog angewandt. Daher beginnt die Zinspflicht des Schuldners nach § 286 und 288 BGB mit dem auf den Ereignis des Verzugs folgenden Tags, denn der Verzugseintritt stellt ein Ereignis dar. Entsprechendes gilt für die Prozesszinsen nach § 291 BGB. Auch diese Zinsen auf die Hauptsumme stehen dem Kläger erst ab dem auf die Rechtshängigkeit des Zahlungsanspruchs folgenden Tag zu. Das war Ihr Film zu den Fristen aus meiner Reihe 6 Minuten Jura. Ich danke für Ihr Interesse. Noch mehr lernen können Sie, wenn Sie jetzt folgende Fragen beantworten. Wenn Sie die Fragen zunächst selbst beantworten wollen, was ich empfehle, drücken Sie jetzt auf das Pausezeichen, ansonsten folgen in wenigen Sekunden die Antworten. Und jetzt die Antworten. Bei Fristproblemen geht es regelmäßig um die Beantwortung folgender Fragen. Wie lange ist die Frist? Wann beginnt sie? Wann endet sie? Und kann die Frist eventuell verlängert werden? Eine Ereignisfrist ist eine gesetzlich oder vertraglich bestimmte Frist, die mit einem bestimmten Ereignis beginnt, das in den Lauf eines Tages fällt. Eine Ablauf- oder Terminfrist ist eine gesetzlich oder vertraglich bestimmte Frist, die mit einem bestimmten Tag beginnt. Fällt das Fristende auf einen Feiertag, so endet wegen § 193 BGB die Frist erst am darauf folgenden Werktag. Untertitelung im Auftrag des ZDF,